Ja und herzlich willkommen zurück zu SailPunk 2077. Wir sind hier immer noch in Lizys Bar. Und ich wollte mich hier noch ein bisschen umschauen. Bis wir weitergehen. Ja. Aber ich glaube hier drin gibt es jetzt vorerst nichts mehr. Arasaka, die Familie eines Imperiums. Die Arasaka Familie braucht keine grosse Vorstellung. Die Arasaka Corporation ist einer der weltweit mächtigsten Konzerne und besitzt Büros in jeder wichtigen Metropole rund um den Globus. Jahrelang saß dieser Konzern sprichwörtlich hinter dem Steuer von Wirtschaft und Gesellschaft unseres Planeten. Die Geschichte von Arasaka in Night City bräuchte eigentlich einen eigenen Artikel. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Die Medien unserer Stadt folgen der Familie hinter dem Megakonzern auf Schritt und Tritt. Die Geschichte der Arasaka Familie ist die eines Imperiums, einer echten Dynastie unter der Herrschaft des Patriarchen Saburo Arasaka. Gerüchte eines Rücktritts des grossen Saburo und der daraus folgenden Abtretung der Konzernkontrolle sowie all der gut gehüteten Geheimnisse an Tochter Hanako und Sohn Yorinobu sind in den letzten Jahren immer wieder hochgekocht. Ist nun endlich die Zeit gekommen, da sie einen Funken Wahrheit enthalten? Unsere Quelle berichten, dass sich Yorinobu Arasaka aktuell in Night City aufhält. Allerdings ist es kein Höflichkeitsbesuch. Stellt sich die Frage, was Yorinobu tatsächlich nach dem Thron greift? Was ist mit Hanako? Society Experten, die der Familie schon lange folgen, sind sich einig, dass sich Hanako aufgrund ideologischer Differenzen zwischen Saburo und Yorinobu sehr wahrscheinlich als wahrer Erbin des ungeheuren Vermögens und der enormen Macht der Arasaka Familie etablieren wird. Dennoch ist nur schwer vorhersehbar, was wirklich geschieht. Die familiäre Machtdynamik kann sich innerhalb eines Augenblicks verändern. Was würde zum Beispiel passieren, wenn Hanako genau dann im Ungnade fiele, wenn Saburo gerade Yorinobu sein Ohr schenkt? Und welches Szenario könnte einen derartigen Absturz provozieren? Keine Familie ist ohne Geheimnisse und die Arasakas sind sicher keine Ausnahme. Wie heisst es so schön? Was einem erst wie der Himmel vorkommt, erscheint bald wie die Hölle. Japanisches Sprichwort. Mhm. Da haben wir es wieder. Oh. Ich wollte nicht stören. Äh, hier wollte ich auch nicht stören. Tschüss. Arasaka Familie ist wohl wirklich so etwa die mächtigste, könnte man sagen, hier in Night City. Successful meeting? Very. Hey Mateo, how well do you know Evelyn? You know, in passing. Please. You know I ain't buying that. She come here often, Evelyn? She didn't tell you? Didn't come up. She comes around sometimes. See Judy? Maybe. They close? You know, been nice to chat. But I gotta get back to work. Ach, komm schon. Still got a few questions, actually. Hey, you want to dig for info on Lizzie's clientele? Go ask them yourself. Those are the rules. Right. Thanks. Schade. Ich hätte ihn bestechen müssen. Thanks. Better get going. Ich werde es zumindest versuchen. Und Jackie. Hola, wie? Wie sieht's aus bei dir? Was geht? Keine Antwort. Bist sicher mächtig busy. Aber sag mir nachher, wie's gelaufen ist. Hab die Kundin getroffen. Sie hat mir ein BD gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollen. Leichenlotterie, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Sie haben die richtige Zahl für die heutige Leichenlotterie getippt. Damit sind Sie die glückliche Gewinnerin eines Quadras Board R7. Wie Gliente. Waren Sie vorsichtig? Wow, danke. Klar. Ich habe definitiv eine Zahl getippt. Hab ich nicht. Aber pscht. Unglaublich, dass ich gewonnen habe. Ihr Feedback ist uns äusserst wichtig. Wir haben unseren Kundendienst informiert. Wir möchten Ihnen neu zu Ihrem neuen Quadra Sport R7 will Gliente gratulieren. Ja gut, ich weiß, dass das Auto ist vom Vorbestellerbonus für Phantom Liberty. Aber ich frage mich jetzt, wenn ich das hier drücke, bekomme ich den Wagen dann gar nicht? Also ich nehme ihn schon an. Von daher, da sage ich nicht, nein. Ich glaube, man bekommt ihn so oder so. Hey, ihr habt einen falschen Schum. Ich habe bei keiner Lotterie mitgemacht. Na gut, aber es soll keiner behaupten, ich hätte es nicht versucht. Wenn ich für den Scheiss hier verklagt werde, mache ich euch fertig. Jetzt kommt der gleiche Text nochmal, sollen wir werden. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne erneut an uns. Ihr neuer Quadra Sport R7 wurde an Ihre Adresse geliefert. Bitte spielen Sie bald wieder bei der Leichenlotterie mit. Okay, gut. Muammar El Capitan Reyes. Meine Kunden müssten nicht gegen die Reifen treten oder unter die Motorhaube schauen, weil sie wissen, dass Muammar El Capitan Reyes das schon flüssig gemacht hat. Und um dir das Leben noch weiter zu vereinfachen, habe ich jetzt auch noch die Autofixer-Seite ins Netz gestellt. Einfach anklicken, Bilder angucken und dein Auto aussuchen. Wenn du dich entscheiden kannst und sobald deine Edits bei mir angekommen sind, kannst du Gas geben. Zwei Regeln. Ich lege nichts für dich zurück und es gibt keine Ratenzahlung. Das lese ich noch nicht. Bei Coach Fred lasse ich erstmal. Einen zweiten Schock gibt es auch noch. Nein, es ist mein Freund. Ich komme zurück zu meinem Platz und bekomme einen letzten Drink. Aus der Banff, nicht aus der Dürfkette. Oh mein Gott. Was ist denn? 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 Die Musik ist erstaunlich leise irgendwie, obwohl ich sie schon höher gedreht habe. Wenn ich hier einfach alles bestehle und klaue. Eigentlich ein bisschen mies. Fuck to death. No, don't cry. You got this all. Sir, see you soon. Wo bin ich hier bitte? Okay, irgendwo auf dem Klo ist klar, aber. Darf ich hier sein? Und es geht einfach noch weit nach oben. Okay. Ich war hier noch nie. Selbst im anderen Spiel stand nie. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, das Dach. Friedenspfeife. Aber da kommt man irgendwie noch anders hin. Ein Basketball. Lichtstab. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiße mein Kopf. Spunk! Okay, ich würde sagen, wir gehen mal wieder raus. Ne, hier ist nicht rausgekommen. Dann wahrscheinlich da ja, wo Exil steht, ja. Danke. Okay, die anderen sind drin. Gut, ähm... Wir haben gerade irgendwie noch eine andere Nachricht bekommen. Nee, wollte ich nicht. Stout hier. Start by telling me how you got this number. No more than your number. Heard you misplaced a convoy. You shut him up. Spill what you know. Don't make me wait. Not on the horn. Let's meet, cut a deal. A deal? Fine. First exit off Skyline, driving towards the NID. Storm Channel under the Overpass. Meet me there. Übergabe. Triff dich mit Jackie. Triff dich mit... Militech-Agentin. Optional. Eigentlich wollte ich... ...near auf die Nachrichten zugreifen. Bartmuss Kollektiv. Zuerst kommt der grosse Realitäts-Check, der die Zukunft der Welt einläutert. Okay. Was soll ich davon jetzt halten? Alter, wir haben einfach schon mega viele Kontakte. Ich wollte eigentlich was anderes auswählen, aber okay. 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 Das mit dem Handy ist noch ein bisschen weird. Weil das Ganze wieder geendet wurde. Ich wollte nämlich fragen, wie es im Laden läuft. Wie geht's Biz? Wie geht's? Ah, ich kann es nicht. Die Corporalen lernen, wie sie die Distanz haben. Und Sokka ist zurück, um die Lone-Mirks zu bezahlen. Sie haben alle die neueste, die geflüchtigsten. Ich denke, du hast Misty hier, um zu helfen. Sie hat uns gut zu helfen. Ja, Rett und Autor Shop ist die beste Entscheidung, die ich noch nie gemacht habe. Was? Sieht, dass du die einzige Person in Night City, die glücklich mit seiner Verkauf hat. Habt ihr das gesehen? Der wurde einfach von da oben runtergestoßen. NC-Bewohner Charlie Harris. Zivilist. Ich glaube, ich muss da mal hochgehen. Nachschauen. Weil da wird ja auch was angezeigt. Von ganz da oben oder von hier? Gewalttätige Konfrontation. NC-D ist für seine Gewalt berüchtigt. Für viele Bewohner der Stadt ist es ein gewöhnlicher... Danke für nix. Ähm... Kann man diese... Dinge nochmal verfolgen? Im Journal nicht, ne? Ne... Ah, da. Datenbank. Okay, ich glaube, wir haben schon sehr viel verpasst. Oder ist das auch alles noch vom anderen Spielstand... Was da mitkam? Wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist auch, ne? Was da eben gerade passiert ist. Hm? Hm? Steht der Leiter jetzt nirgends? Doof. Wahrscheinlich wäre es schon irgendwo hier, aber ich finde es gerade nicht. Er dann hat nicht. Aber mich hätte interessiert, was hier passiert ist. Wo kam dieser Mann? Der muss ja von da oben gekommen sein. Regina Jones. Ich glaube für das sind wir noch ein bisschen so schwach. Doppeltür. Okay. Okay. Dreizeitstück. Mal schauen. Was da passiert ist. Oh shit. Okay. Dann Kisse. Schütz dich mal auch. Sie hat geschützt Turm. Was ist das hier? Hey. Die kann ich nicht sprechen. Schade. Die kann ich nicht sprechen. Schade. Regina's Partner. Regina's Partner. Schade da was. Regina's Partner. Regina. Regina Jones. How do you describe Watson? In one sentence. The Japanese built Kabuki. The Japanese built Kabuki. But the Chinese live there mostly. North side used to be plated in chrome. Now it's covered in rust. We have an entire aquarium full of corpos. And that's no metaphor. Know what all that comes out to? One sentence is never enough. That's Watson. Need to check one guy. Maybe you know something. Hmm. And who? Simon Randall. Also known as Royce. Maelstrom. Little birds say a certain Dex has taken an interest in him. You checking to see if I'll tell you the same thing as another Fixer? Clever. But not too wise. Hmm. Meere zählt sie mir auch nicht. Used to be immediate, didn't you? Not hard to guess. But I'll give you a point for perceptiveness. Why are you stopped? Never stopped really. Information is a weapon V. I just traded in for a larger caliber. Okay, danke für gar nix. Kommen wir vielleicht später dieser Waffe die da drin ist? Sicherlich im Waffenkoffer. Aber sonst gibt's hier nix. Hm. ich glaube wir müssen später wieder hier hinkommen einen Moment gibt es da nichts aber dann kam der Typ wohl von ihr da habe ich wahrscheinlich einfach aus dem Fenster geworfen ohne großen Grund ist das denn genau so oh nein Reil Power EMP Schäden bei Arasana Zultner Afterlife Zultner Hey, hey, you see that? That thing right over there Fuck you smoking too? Didn't see no thing Yeah, you didn't, but I did It was like What? That kind of glitch Just for a split second What? It was Beautiful and Scary as fuck Light spliced with dark Like I stared at the sun for too long Don't walk Time to debug your optics Don't walk Ripperdoc told me the same thing As if I didn't swap them out already I'll see you twice this year Shit Well You need to do something about that Don't want Macstack Busting down your door Fuck you I'm fine alright I just I just need a breath Good idea you do that And about that other gig We got you covered Don't sweat it Just go home Get some sleep Or whatever Hmm, genau Ich wollte nur sagen Das hier irgendwie ein bisschen Es könnte einfach irgendwie aus Tokio sein Das Bild gerade hier Finde ich nice Aber Es ist schon wieder mal Zeit Um diese Folge zu beenden Und dann sehen wir uns Nächstes Mal wieder Bei Cyberpunk 2077 Haut rein Chooms Bis zum nächsten Mal Tschüss any Schip End On Top Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Samurai, we have a city to burn We have a city to burn We have a city to burn